was brauchst du damit 2022 dein bestes jahr wird das erfährst du in diesem video willkommen in diesem ersten teil meiner serie countdown die top 10 punkte die wir absteigend miteinander durchgehen von heute 22 12 bis 31 12 jeden tag kriegst du von mir einen wichtigen entscheidenden tipp der nächsten jahr für dich wichtig ist um dein leben zu leben so wie du es dir vorgestellt hast so wie es erschaffen willst und fangen wir an beim ersten ist ganz wichtig dass du dir die richtigen vorsätze nimmst viele menschen nehmen sich vorsätze aber nehmen sie wirklich welche die auch erfüllbar sind die auch mit ihnen zusammenpassen deswegen kriegst du hier von mir ein paar tipps wie du chronologisch vorgehst wie du auch strukturiert dazu kommst dinge zu tun die dich erfüllen die dich glücklicher machen und die dich auch in deinem selbstvertrauen stärken und in deiner vorgehensweise denn wie du es vielleicht schon kennst wenn du einmal die ein ziel genommen hast und du erreichst es nicht weil du es zu hoch gesteckt hast weil es unrealistisch ist dann kommst du schnell wieder in die enttäuschung in die lustlosigkeit die demotivation ist demoralisierte ich letztlich weil du nicht verstanden hast was es bedeutet ziele zu setzen und die richtig zu setzen daher kein problem alles ist erlernbar wir können es schaffen wenn wir das richtige wissen haben wenn wir auch die muße haben wenn wir mit dem herzen dabei sind wenn wir lust drauf haben was zu verändern dann ist es auch möglich als kurzes beispiel darf dafür ich habe mir vorgenommen ich will unbedingt finanziell unabhängig werden ich will eine möglichkeit mehr schaffen wie ich geld verdienen kann unabhängig von dem system des der angestellten welt und der unternehmenswelt und beziehungsweise wollte ich auch mein coaching business noch vergrößern beziehungsweise noch mehr lernen was thema verkaufen angeht was kommunikation betrifft was meine rhetorischen fähigkeiten angeht und was mir so gefehlt hat war so dieser dieser magnet diese magnetwirkung zu erzielen und dieses so ein bisschen was ich das amerikanische betracht bezeichnen weil es weil die sich viel leichter tun sich zu artikulieren weil sie eine ganz hohe höheren energie sind in der höheren schwingung wenn sie wenn sie etwas vortragen und daher hat das universum mir eine einladung geschickt wortwörtlich über facebook zu einem seminar von einem gewissen jt fox der darüber erzählt hat wie man speaker wird wie man sein coaching business verbessert ein kostenloses seminar gratis seminar einen tag lang in einem pariser noble hotel ok bin ich hingegangen haben es angehört war inspiriert fasziniert von den speakern von den leuten die dort waren und am ende des seminars habe ich mich mit einem französischen jungen unternehmer angefreundet von dem ich der nicht viel ausgestrahlt nichts großes ausgestrahlt hat aber trotzdem haben wir irgendwie sympathisiert und sind dann zusammen essen gegangen und was dann rauskam beim essen war dass wir eigentlich ähnlich ansichten haben was so die welt betrifft was die geschichte betrifft und unsere lebenseinstellung auch generell dann haben wir haben wir unsere kontakte ausgetauscht ich habe ihn dann irgendwann mal angeschrieben ein paar tage später über facebook und habe ihn gefragt hey rock sein name kannst du mir nicht zeigen wie man wie ich das geld für mich arbeiten lasse und nicht dass ich nicht fürs geld arbeite und dieser satz hatte mir im nachhinein erzählt hat ihnen so fasziniert oder hat ihn beeindruckt dass er gesagt hat mit martin oder das hat er vielleicht schon vorher entschlossen beschlossen mit martin würde ich gerne helfen ich zeige ihm wie man geld verdienen wie man geld machen kann wie man geld arbeiten kann wie man geld richtig investiert auf eine alternative art und weise und und nicht mehr dafür von 9 bis 17 uhr jeden tag unter der woche mal lochen muss was wollte ich will ich euch bei dir damit sagen ist dass du wenn du dir das wirklich da reingehst in dich wenn du dir das vorstellst dass du irgendwas haben willst unbedingt machen willst dass es ein wichtiger bestandteil ist von dem was du noch erleben willst und du begibst dich auf den weg du lässt dich darauf ein was für geschenke auf dich zukommen was natürlich auch auf erster linie nicht ganz klar war für mich dass ich dass ich dort jemanden treffe auf dem seminar von einem anderen typen aber letztlich war es doch diese diese andere typ diese andere persönlichkeit hätte er allein auch schon nicht weitergeholfen mir weitergeholfen oder hätte mich weiter getragen auf meinem weg in meine selbstständigkeit in mein neues leben in meine neue berufstätigkeit in meine neue in mein unternehmertum also werde bewusst ziele sind unerlässlich deine visionen zu leben ist das schönste was es gibt und daher kurz eine kleine anleitung die kriegst du übrigens auch von mir noch mal schriftlich wenn du mein instagram auf mein instagram konto gehst kannst auch gerne abonnieren und schickst mir eine persönliche nachricht mit dem mit dem wort ziele dann schicke ich dir auch gerne ein kurzes eine kurze anleitung als pdf also was gibt es zu tun erstens sind wir am ende des jahres ganz wichtig ist dass du in eine hohe energie kommst dass du eine hohe energie schwingt überlegte fünf dinge die du in diesem jahr geschafft hast was sind die fünf erlebnisse was sind erfahrungen auf die auf die du stolz bist wirklich emotional reingehst die normales durch lebst und der sagst vor das krass was ich dieses jahr gemacht habe unglaublich stolz auf mich high five das ist der einstieg als zweites nimm dir ein blatt papier und schreibt einfach mal in der ruhe aus der ruhe am besten meditiert du vorher noch mal kurz kommst zu dir atme es tief ein und aus dass du wirklich bei dir bist in ruhe abgeschotten von der umwelt vom stress vom lärm und schreibt einfach mal runter was sind die 50 punkte die noch in deinem leben erreichen willst was ist was ist was du noch wirklich haben willst muss nicht materieller sicht sein kann alles sein ob partner deine dein gesundheitszustand äußere umstände deine lebensstand der ort wo du leben willst also überlegt ja überlegt ja was ist was du eigentlich was du haben willst schreibst runter dann ganz wichtig teilt das ganze ein in verschiedene jahresebenen angefangen bei ein jahres zielen drei jahres zielen fünf jahres zielen und zehn jahres zielen und versuche eine mögliche balance herzustellen das nicht nur alles auf einem jahr sich konzentriert sondern das max das ist gut verteilt ist dann nimmst du dir die ein jahres ziele und priorisiert sie in die in vier stück vier ziele die du dir steckst für nächstes jahr 2022 und wenn du diese vier ziele identifiziert hast die dir wirklich am herz zu liegen und jetzt sind wir beim wichtigen die auch deiner ansicht nach machbar sind die auch realistisch sind dann stell dir doch die frage warum bist du sie machen und stellt sich die frage so warum und was 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 ist war was ist was ergibt sich daraus oder was passiert damit was warum willst du diese ziele erreichen es geht nicht um die frage des wies sondern es geht nur zu verankern in dir diese emotionen dieses gefühl was passiert mit dir wie fühlst du dich wenn du diese ziele erreicht hast und wenn du diese antwort wenn diese fragen beantwortet hast dann und du auch spürst dass diese vier punkte zu dir gehören dann geht es darum dann festzulegen jetzt das ist jetzt mein jahresziel das ist das ziel für zwölf monate wie ich das kann kann ich das ganze runter brechen auf quartale auf monate auf wochen auf tage wenn du mehr dazu wissen willst wie gesagt schreibt mir gerne eine nachricht kontaktiere mich ich hätte gerne weiter ich hoffe das hatte ja was gebracht hier dieses diese kurze einführung in die zieldefinition und zum thema vorsätze bist du jetzt bereiter du bist jetzt auch etwas klarer vielleicht weißt es gibt was zu tun es gilt sich mit dir zu befassen keine vorsätze von außen nur auf dich rein prassen zu lassen sondern wirklich mit dir in verbindung zu gehen und dich und zu hinterfragen deine gedanken zu hinterfragen in dem emotionen zu verankern und dann kannst du davon ausgehen dass die ziele auch erreicht werden können dass sie dass du es machen kannst das wie um das wie kümmert sich ein prozess den gibt es immer aus verschiedenen richtungen kannst du den holen ich habe eine mein programm andere leute am ihren prozess jeder hat seine eigene methoden jedenfalls kannst du das ganze dadurch beschleunigen aber sei dir gesagt ziele ist es a und o den kommst du dahin wo du hin willst und ich hoffe das hat dir geholfen schreibt mir doch gerne was in die kommentare hinterlass mir auch ein like ein abonnement was dir so am herzen liegt ich wünsche dir noch einen schönen tag und wünsche dir alles gute bei deiner zieldefinition und viel glück und viel kraft für 2022 danke fürs zuschauen